Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf diesen Kanal. Heute geht es wieder um eine Überwachungskamera, die erschreckende paranormale Aktivitäten aufgezeichnet hat. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt jetzt dran, viel Spaß und los geht's. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, an Geister oder nicht. Jeder hat seine persönliche Meinung zu Spukhäusern. Wenn jedoch in eurem Haus seltsame Dinge passieren, die sich jeder logischen und rationalen Erklärung entziehen, könnte dies darauf hindeuten, dass sie ihren Raum mit Geistern teilen. Während Hollywood die paranormale Aktivität als ein schreckliches Ereignis beschrieben hat, das ein Haus unbewohnbar macht, ist dies selten der Fall oder zumindest nicht üblich. Für das Video möchten wir noch einmal paranormale Aktivität erklären. Dies ist jedes unerklärliche Phänomen, das außerhalb des Parameters menschlicher Erfahrung liegt. Die Phänomene können von geringfügigen und harmlosen Ereignissen bis hin zu schwerwiegenden Ereignissen reichen. Dazu gibt es viel im Internet, doch dieses Video auf TikTok zeigt einen Albtraum, den ein Paar bei sich zu Hause erlebt hat. Ein Ehepaar behauptet, dass ein Geist namens Dave in ihrem Haus lebt und dass sie Beweise von ihrer Hausüberwachungskamera erhalten konnten. Ben Hubert, ein Sportlehrer und seine Partnerin Lane Clark, eine Grundschullehrerin, zogen 2018 in ein dreistöckiges Haus in Begginghamshire in England, wurden aber bald Zeuge paranormaler Phänomene rund um das Haus. Sie beschlossen, die Poltergeister auf Video aufzunehmen und installierten eine Kamera in ihrer Küche, die Objekte einfingen, die unerklärlicherweise aus der Schublade flogen. In einem unheimlichen Video, das am 14. Mai um 11.29 Uhr aufgenommen wurde, als das Paar bei der Arbeit war, zeigt die Kamera eine leere Küche, in der seltsame Aktivitäten von selbst ablaufen. Plötzlich schoss das Besteck scheinbar aus der Schublade, als würde es von einer unsichtbaren Kraft quer durch den Raum geschleudert. Es breite vom Fenster ab und fiel direkt unter die Schublade. Ein paar Sekunden später kam ein weiterer Gegenstand aus der Schublade quer durch den Raum in die gegenüberliegende Ecke. Dann begann sich die angelehnte Tür langsam von selbst zu schließen. In der Beschreibung des auf TikTok hochgeladenen Videos hieß es, Überwachungskameras sind nützlich, während wir bei der Arbeit sind. Was das Paar nicht erwartet hatte, war, dass ihr Video in sozialen Netzwerken viral wurde und eine satte Zahl von mehr als 19,3 Millionen Aufrufen, 1,4 Millionen Likes und 44.000 Kommentaren erreichten. Viele waren von Bildern wirklich erschrocken und sagten, es sei einer der besten Beweise für einen Poltergeist in den ganzen letzten Jahren. Andere boten ihren Rat an und sagten dem Paar, dass sie das Haus aufräumen und ausräumen sollten. Eine der beliebtesten Methoden, um sich selbst zu schützen oder jegliche Negativität aus einem Zuhause freizusetzen, ist die Verwendung von Salvia. Insbesondere weißer Salbei ist eine Pflanze, die von Medien und spirituellen Fachleuten verwendet wird. Es ist wirklich unglaublich. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was würdet ihr tun? Würdet ihr die Sache mit dem Salbei ausprobieren? Habt ihr es vielleicht schon ausprobiert? Schreibt es in die Kommentare. Wie immer würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr bei den anderen Videos vorbeischaut. Bis bald!